Ja moin liebe Pyros, jetzt habe ich hier etwas richtig Schickes für euch. Die 7 Meter Fontäne Violett Gold von Funke. Ja darauf freue ich mich schon mega. Sie hat jetzt nicht so eine abwechslungsreiche Verwandlung oder ähnliches dabei, aber unglaublich schön anzusehen. Ja lehnt euch zurück und genießt es. Ja auf geht's. Unglaublich hoch. Unglaublich hoch. Wow, ok. Ja, unglaublich schön, aber ich glaube so richtig optimal funktioniert hat sie nicht. Hat gar nicht so lange gebrannt wie erwartet, aber trotzdem echt schickes Teil.